Hallo meine lieben Freunde, schön dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es erneut um einen geklärten Mordfall. Ich denke viele werden sich an diesen Fall erinnern, vielleicht auch einige, dass er gelöst wurde, aber trotzdem möchte ich nochmal die Geschichte von Melanie R. erzählen. Am Freitag, dem 25. Mai 2018, dies war ein warmer, sonniger, frühsamer Tag, möchte Melanie R. diesen Tag bzw. diesen Nachmittag genießen. Sie ist 30 Jahre alt, Social Media Beraterin und vor einiger Zeit aus Süddeutschland nach Berlin gezogen. An diesem Freitag, dem 25. Mai 2018, arbeitet sie von ihrem Homeoffice aus. Das macht sie oft. Da es eben an diesem Tag im Mai sonnig ist, entschließt sie sich dann, dieses schöne Wetter zu nutzen, ein bisschen rauszugehen und die Arbeit einfach Arbeit sein zu lassen. Sie möchte sich ein bisschen entspannen. Melanie nimmt eine Decke mit, ein Becher Kaffee und steckt eine Bibel ein, denn sie ist engagierte Christin und kam erst vor kurzem von einem Hilfseinsatz in Afrika zurück. Sie weiß genau, wo sie hingeht, denn sie hat einen Lieblingsplatz, eine kleine Wiese, die nicht weit von ihrer Wohnung entfernt ist. Auf der einen Seite gibt es einen Bahndamm und auf der anderen Seite eine Kleingartenanlage und ganz in der Nähe befindet sich der S-Bahnhof Pankow. Die Gegend ist nicht einsam, dort sind oft Spaziergänger und Jogger unterwegs und hier breitet sie dann ihre Decke aus, um sich eine Entspannungszeit zu gönnen. Was dann passierte, ist zunächst unklar. Melanie lebte alleine und hatte an diesem Abend noch eine Verabredung mit einer Freundin. Und diese war gleich in großer Sorge, als Melanie nicht zur Verabredung erschien. Die beiden hatten sich nämlich zum Essen verabredet. Warum sich die Freundin Sorgen machte, hatte folgenden Grund. Denn Melanie hat ihre Termine und Verabredung immer eingehalten und sollte es einmal der Fall sein oder Fall gewesen sein, dass sie nicht pünktlich erscheinen konnte, so hat sie immer vorher angerufen. Und die Freundin kontaktierte dann sogleich andere Freunde, um in Erfahrung zu bringen, wo Melanie denn ist. Und da niemand wusste, wo sie sich aufhält, schaute man auch in die Wohnung von Melanie. Aber auch dort gab es keine Spur von ihr oder irgendein Hinweis darauf, was mit ihr passiert sein könnte. Deswegen gingen die Freunde auch dann direkt zur Polizei und meldeten Melanie als vermisst. Eine Person aus ihrem Freundeskreis hatte dann einen Schlüssel zu der Wohnung von Melanie und deswegen konnte man die Wohnung öffnen und reingehen. Und dann passierte erst einmal nichts nach der vermissten Meldung. Aber am Sonntag, dem 27. Mai 2015, entdeckte ein Flaschensammler in einem Gebüsch an diesem Bahndamm in Berlin-Pankow, in dessen Nähe Melanie ihre Pause verbracht hatte bzw. sich wohl sonnen wollte, die Leiche einer Frau. Sie liegt neben einer Schallschutzmauer, die mit Graffiti beschmiert ist. Und diese S-Bahn-Trasse lag parallel oder liegt parallel zur Dolomitenstraße. Sie ist mit einer Decke abgedeckt und neben der Leiche liegen ein Handy, Kopfhörer und eine Bibel. Der Flaschensammler ruft dann umgehend die Polizei an, die natürlich auch sofort am Fundort eintrifft. Schnell stellt man dann fest, dass es sich bei der gefundenen Leiche um die seit zwei Tagen vermisste Melanie R. handelt. Aufgrund der Auffindesituation geht man dann natürlich davon aus, dass es sich nicht über einen Unfall handelt. Und der Fall wird an die Mordkommission übergeben, die den Fall dann auch übernimmt. Die Leiche lag im Parallel zur Schallschutzmauer in einem Gebüsch und war von Kopf bis Fuß mit einer blau-weißen Decke abgedeckt und über dieser Decke war die Leiche von oben bis unten komplett mit Grashalmen oder Grasbüscheln bedeckt. Das Ganze war so, dass wenn man einfach nur vorbeiging, man die Leiche gar nicht sofort erkennen konnte. Der Täter hatte sich also große Mühe gegeben, dass sie nicht sofort entdeckt wurde. Die Polizei geht davon aus, dass Melanie am 25. Mai zwischen 16 Uhr und 19 Uhr getötet wurde. Auch die Freunde von Melanie waren mehrfach auf diesem Gelände, da sie ja wussten, dass Melanie sich dort gerne aufhält. Aber auch sie haben Melanies Leiche nicht gesehen. Die Freunde waren an diesem Sonntag, an dem Melanie gefunden wurde, auch wieder unterwegs, um nach ihr zu suchen. Und die Freunde trefften dann durch Zufall auf Katharina Tomala, die ermittelnde Kommissarin, und die Kollegen von der Mordkommission, die gerade dabei waren, den Fundort der Leiche zu untersuchen. Die Freunde wurden dann über den Fund und den Tod von Melanie unterrichtet, da man relativ sicher war, dass es sich bei der Toten um Melanie handelt. Weiterhin wurden die Freunde dann vernommen, um mehr über Melanie zu erfahren. So versuchte man unter anderem herauszufinden, ob und wo es Konflikte in Melanies Leben gab, die eventuell zu so einer Tat führen könnten. Die ersten Recherchen oder Vernehmungen vor Ort ergeben dann ein erstes Bild über Melanie. Sie war sehr beliebt und sozial engagiert, und es gibt keine großen Konflikte oder Motive für einen Mord. Auch habe es keine Info über eine enttäuschte Liebe, Eifersucht, irgendetwas in dieser Richtung als Motiv gegeben. Die weitere Untersuchung des Fundorts ergab, dass es sich auch um den Tatort handelte. Also Fundort gleich Tatort. Das Problem waren die Wetterbedingungen der letzten Tage. Es war sehr warm gewesen, teilweise 27, 28 Grad. Und trotz der relativ kurzen Liegezeit hatten diese Temperaturen der Leiche schon sehr zugesetzt. Das nächste Problem war, dass nach dem Fund der Leiche ein Wärmegewitter aufgezogen ist. Deswegen wurde schnell ein Zelt aufgebaut, damit die Leiche und die Spuren dann vor dem Regen geschützt waren. Dann konnte mit den Untersuchungen nach DNA-Spuren des Täters begonnen werden. Es wurden dann auch noch ihre Bekleidung, also ein Kleid und ihre Flipflops gefunden. Alle gefundenen Gegenstände wurden dann natürlich in die Kriminaltechnik gebracht, um diese auf weitere Spuren zu untersuchen. Man hat sich dann natürlich auch die Wohnung von Melanie vorgenommen, um dort eventuell Hinweise auf den Täter zu finden. Vielleicht Notizen, Bilder oder ähnliches, die auf eine Person hindeuten. Also die üblichen Ermittlungsschritte. Denn es bestand ja die Möglichkeit, dass sie Kontakt zu jemandem hatte, den andere Personen aus ihrem Umfeld gar nicht kannten. Eventuell eine heimliche Liebe oder ähnliches. Natürlich wurde in dem Wohnhaus dann auch eine Nachbarschaftsbefragung durchgeführt. Aber es gab keinerlei Hinweise auf einen möglichen Täter. Oder zumindest irgendetwas, was die Ermittlungen vorantreiben könnte. Normalerweise, oder sagen wir es so, sehr oft kommt der Täter ja aus dem Bekanntenkreis des Opfers. Es hat also irgendeine Beziehung bestanden oder es besteht irgendeine Beziehung. Aber in diesem Fall sah es nicht so aus. Also womöglich ein Fremdtäter, zu dem Melanie keine Beziehung hatte. Eine Zufallstat. Was die Polizei und auch die Bevölkerung beunruhigte, war, dass der Täter am Tag zugeschlagen hatte. Und dass augenscheinlich keine Beziehung zwischen Täter und Opfer bestand. Der Täter könnte sich eventuell ein neues Opfer suchen. Zumal es drei Monate zuvor in Pankow in der gleichen oder in einer Grünanlage in der Nähe einen Exhibitionisten gab, der dort Frauen belästigt hat. Und wir wissen ja auch, dass solche Menschen dann zu Mördern werden können, beziehungsweise sich, sage ich mal so, weiterentwickeln. Die Polizei sah dann da auch einen eventuellen Zusammenhang, beziehungsweise wollte ihn nicht ausschließen. Und dann beginnt die Polizei mit der Öffentlichkeitsverhandlung. Und auch die Sendung Täter-Opfer-Polizei wird eingeschaltet. Bei dieser Öffentlichkeitsverhandlung sollten auch Spuren präsentiert werden, die gefunden wurden. Es wurde zum Beispiel ein Basecrap gefunden. Und dies stammte auf keinen Fall von Melanie. So sagten es ihre Freunde. Insbesondere suchte man aber nach Zeugen, die einen Mann am Tattag oder danach gesehen haben oder kämmen, der heftige Kratzspuren an Armen, insbesondere den Unterarmen hatte, und auch an anderen Körperteilen. Zum Beispiel im Gesicht. Denn bei der Leichenuntersuchung am Tatort wurden nicht nur DNA-Spuren, sondern unter den Fingernägeln auch viele Hautpartikel gefunden, die von einem heftigen Abwehrkampf her stammen. Aufgrund der Verletzung konnte bei der Obduktion festgestellt werden, dass Melanie vermutlich von hinten angegriffen wurde. Vermutlich wurde sie gewürgt mit dem ganzen Unterarm um den Hals. So eine Art, ja, Schwitzkasten, wenn man es mal so ausdrücken will. Und dabei dürfte sie ihm dann den Unterarm zerkratzt haben. Das Motiv in der Tat dürfte darin liegen, dass der Täter sie zuerst vergewaltigen wollte. Denn Melanie trug nur noch wenig Bekleidung, als sie gefunden wurde. Die gefundene DNA wurde dann anhand der Datenbank in Deutschland überprüft, aber es gab keinen Treffer. Man untersuchte dann auch das Basecap, welches gefunden wurde. Und an diesem Basecap wurde die gleiche DNA wie an Melanie gefunden. Aufgrund der Öffentlichkeitsverhandlung gehen dann 200 Hinweise bei der Polizei ein. Nachdem der Abgleich mit der deutschen DNA-Datenbank nichts brachte, wurde diese dann europaweit abgeglichen. Und dabei gab es dann einen Treffer. Am 13. Juni 2018, also knapp drei Wochen nach der Tat, gibt es dann einen entscheidenden Treffer an der Datenbank. Und zwar in Spanien. Die Kripo in Berlin erhält dann nach ihrer Anfrage eine Woche später den Namen des Mannes, dem diese DNA-Spur gehört. Der Name des Täters ist Storian A. Und zur Tatzeit war er 38 Jahre alt, in Bulgarien geboren und aufgewachsen. Er hat wohl immer wieder längere Zeit in Spanien gelebt. Und zwischen 2011 und 2013 ist er dort wegen verschiedener Diebstähle und Raubstraftaten aufgefallen. Die weiteren Ermittlungen ergaben dann, dass er in Berlin nicht gemeldet war und auch keinen festen Wohnsitz hatte. Er ist also in Berlin umhergetingelt und hat vermutlich an verschiedenen Orten geschlafen. Es gab auch eine Anzeige gegen ihn wegen Diebstahls in einem Supermarkt und eine Anzeige wegen einer Raubstraftat. Und zwar vom Samstag, dem 27. Mai, der Tag, an dem Melanie gefunden wurde. Er hatte morgens um 6 Uhr in Humboldtheim dort einen Mann überfallen und ihm seine Tasche geraubt. Er wurde festgenommen. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Und auf diesen Fotos konnte man dann feststellen, dass er ganz heftige Kratzer im Gesicht hatte. Und zwar die Kratzer, die Melanie ihm zufügte. Die Polizei konnte dann eine Mobilnummer ermitteln, die Storian A. zugeordnet werden konnte. Und diese wurde ab dann permanent überwacht. Also anscheinend wurde Storian A. dann, nachdem er erkennungsdienstlich behandelt wurde, dann wieder freigelassen. Also diese Rufnummer wurde dann permanent überwacht. Und am 27. Juni 2018 konnte das Handy dann geortet werden. Und es wurde ein Mann festgenommen. An diesem Tag war das letzte Vorrundenspiel in der WM für Deutschland. Dieses Spiel verlor Deutschland ja bekanntlich mit 2 zu 0 gegen Südkorea. Und Deutschland schied aus. Und das Handy wurde ihm auf der Fanmeile geortet, wo sich viele Leute im Public Viewing das Spiel angeschaut haben. Aber der Festgenommene war dann nicht Storian A. Dies war ein Bekannter von Storian. Und diesem Bekannten hatte er das Handy überlassen. Der Mann, der da festgenommen wurde, erzählte dann in seiner Vernehmung, dass Storian mittlerweile wieder in Spanien ist. Und zwar zu seiner Mutter, die dort in Spanien wohnt. Und er konnte dann mit Hilfe der spanischen Behörden festgenommen werden. Im Norden Spaniens in Burgos. Dort wurde er in der Innenstadt entdeckt und festgenommen. Dann erfolgte die Auslieferung nach Deutschland. Noch ein paar Informationen zu Storian A. Er verließ die Schule in Bulgarien sehr früh und wurde auch recht schnell kriminell. Ein Teil der Familie ging nach Spanien. Und er war auch immer mal wieder dort. Er war verheiratet, bzw. ist verheiratet und hat 2 Kinder. Und in Spanien fiel er regelmäßig durch Straftaten auf. Und in Deutschland arbeitete er dann auch nicht, wenn er sich dort aufhielt. Unter anderem prostituierte er sich in Berlin und lebte ab und zu bei Freunden oder Bekannten, aber auch in der stehenden Ruinen usw. Er hielt sich dort also oftmals auch im Obdachlosenmilieu auf. Dann im Februar 2019, ich glaube am 11. Februar, beginnt der Prozess vor dem Landgericht in Berlin. Und der 39-Jährige werde sich vorerst nicht äußern, erklärte sein Verteidiger nach Verlesung der Anklagen. Die Staatsanwaltschaft legt dem Bulgaren Stoyan A. einen Mord zur Verdeckung einer versuchten Vergewaltigung zur Last. Das Gericht hat allerdings einen rechtlichen Hinweis erteilt, wonach statt einer Sexualstraftat ein versuchter Raub des Mobiltelefons der Frau in Betracht komme. Das Opfer habe sich unter anderem durch Kratzen heftig gewehrt, heißt es in der Anklage. Stoyan A. habe ihr zumindest den Rock ausgezogen, den nur noch ihren oberkörperbedeckenden Wüstenhalter gegriffen, um ihn zur Durchsetzung seiner fortbestehenden sexuellen Begierde abzustreifen, heißt es in der Anklage weiter. Als er sich an der weiteren Tatausführung aber gehindert sah und auch die Entdeckung durch zufällig vorbeikommende Dritte befürchtete, soll er Melanie R. getötet haben. Die 30-Jährige sei durch Verlegung der Atemwege innerhalb kurzer Zeit gestorben. Stoyan A. soll sich im Ermittlungsverfahren geäußert und erklärt haben, dass er keine sexuellen Absichten gehabt habe. Zur Tötenung der Frau habe er damals keine Angaben gemacht, hieß es am Rande der Verhandlung. Seine Angaben seien widersprüchlich gewesen. In einer Aussage soll er erklärt haben, es sei ihm nur um das Mobiltelefon gegangen. Er habe die Frau nicht weiter berührt. Außerdem habe er nicht gewollt, dass sie stirbt. Als er das Mobiltelefon an sich bringen wollte, habe Melanie sie stark gewehrt. Es sei zum Kampf gekommen und beide seien dann den Hang am Bahndamm heruntergerollt und wären dann gegen die Schallschutzwand geprallt. Melanie hätte dann leblos da gelegen. Und er hielt sie für tot. Und dann hätte er sie mit der Decke und dem Gras darüber beerdigt. Und deswegen forderte die Verteidigung eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Und zwar mit einem Strafmaß unter 10 Jahren. Dass Stoyan A. Melanie vergewaltigen wollte, dafür fehlen die Beweise. Dass sie nicht komplett angezogen war, könnte damit zu tun haben, dass sie sich auf der Wiese gesund hat. Aber das Gericht ging auf jeden Fall von Mord aus. Ob jetzt eine versuchte Vergewaltigung oder ein Handyraub vorher war, das war zwar strittig, aber trotzdem war die Tötung Mord, denn es diente der Verdeckung einer anderen Straftat. Eben egal, ob es eine Vergewaltigung in dem Fall war oder ob es ein versuchter Handyraub war. Dann, knapp 10 Monate nach dem Mord an Melanie R., ist der Täter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Eine Schwurgerichtskammer im Landgericht sprach den 39-jährigen Stoyan A. wegen Mordes aus niederen Beweggründen schuldig. Für das Gericht steht fest, dass der aus Bulgarien stammende Mann sein Opfer erwürgte, um einen vorangegangenen Raubversuch zu verdecken. Die Staatsanwaltschaft hat Stoyan A. ursprünglich wegen Mordes und versuchter Vergewaltigung angeklagt. Für das Gericht stand am Ende des Prozesses aber fest, der Täter habe die Frau nicht vergewaltigen, sondern ihr Handyrauben wollen. Melanie R. habe sich heftig gewehrt und laut um Hilfe geschrien. Dabei sei es zu einem Gerangel gekommen. In dessen Verlauf Stoyan A., die 30-Jährige, so lange wirkte, bis der Tod eintrat. Was hier natürlich auch wieder heftig ist, wenn sie um Hilfe geschrien hat, dass niemand nachgeschaut hat, was da los ist und ihr geholfen hat. Denn es war ein Namitas und die Gegend war jetzt keine Gegend, wo sich keine Leute aufhalten, sondern wie ich schon vorher sagte, da sind oft Spaziergänger oder Jogger unterwegs. Tatort war eine Grünfläche in Pankow zwischen S-Bahn-Gleisen und einer Kleingartenanlage gelegen. Hier hielt sich die Social-Media-Beraterin häufig auf, um zu entspannen, zu lesen und sich zu sonnen. Auch am Nachmittag des 25. Mai 2018. Dort entdeckte sie der auf einem Fahrrad vorbeifahrende Stoyan A. und beschloss nach Überzeugung des Gerichts umgehend, der Frau das Handy zu entwenden. Nach der Tat schleppte der Täter sein Opfer in ein nahegelegenes Gebüsch, wo die Leiche zwei Tage später von einem Flaschensammler entdeckt wurde. Aufgrund des im Mai vergangenen Jahres besonders warmen Wetters hatte die Verwesung bereits eingesetzt. Trotzdem konnten Rechtsmediziner an der Leiche DNA-Material sichern, das den Verdacht auf Stoyan A. lenkte, der bereits wie in anderer Delikte polizeilich erfasst war. Das Zusammentreffen von Täter und Opfer war ein Treffen zweier Menschen aus gänzlich unterschiedlichen Welten. In ihrer Urteilsbegründung beschrieb die Vorsitzende der 21. Schwurgerichtskammer, die aus Baden-Württemberg stammende Melanie R., als selbstbewusste, beruflich erfolgreiche Frau. Sie sei kirchlich und sozial engagiert gewesen. In ihrer Kirchengemeinde habe sie sich unter anderem vor allem um Obdachlose gekümmert. Zu dieser Klientel gehörte auch Stoyan A. Geboren und aufgewachsen als Mitglied einer kurdischen Minderheit in Bulgarien, lebte der Mann bis heute permanent in ärmlichen Verhältnissen. Er ist kaum zur Schule gegangen, hat keinen Beruf erlernt und ein Gutachter bescheinigte ihm deutlich unterdurchschnittliche Intelligenz. Einige Monate vor der Tat kam Stoyan A. nach Berlin, lebte auf der Straße und verbrachte die Nächte überwiegend in einem provisorisch hergerichteten Lager im Humboldthain. Etwas Geld verdiente er sich durch Flaschen sammeln und gelegentlicher Prostitution im homosexuellen Milieu. Gelegenheit Jobs, die er annahm, wurden zumeist schlecht mitunter gar nicht bezahlt. Nach dem Mord an Melanie R. wurde Stoyan A. nur wenige Tage später zweimal von der Polizei festgenommen. Nach einem Raubversuch und nach einem Ladendiebstahl. Beide Marder ließten die Bahn ihn wieder laufen, nicht ahnend, wen sie da vor sich hatten. Erst Wochen später geriet er aufgrund der DNA-Beweise unter Mordverdacht. Da hat Stoyan A. sich bereits nach Spanien abgesetzt, wo er im Sommer 2018 festgenommen und kurz darauf ausgeliefert wurde. So, das war es mit dem Fall. Allerdings bleibt eine Frage für mich offen. Er wollte ja das Handy rauben und das wurde ja bei Gericht auch so gesagt, dass der Grund erst einmal war, er wollte das Handy rauben und um diesen Raubversuch, ja, eben nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen, hat er Melanie dann getötet. Also, nach der Darstellung des Gerichts wollte er das Handy rauben. Nachdem er sie getötet hat, schleppt er die Leiche dann ins Gebüsch, bedeckt sie dort mit einer Decke. Von oben bis unten wird sie dann noch mit Grashalben oder Grasbüscheln bedeckt. Dafür hatte er Zeit, vor allen Dingen, sage ich mir mal, die Leiche von oben bis unten mit Grasbüscheln oder mit Grashalben zu bedecken. Das braucht schon seine Zeit, denke ich mir. Aber er hatte dann anscheinend wohl keine Zeit mehr, das Ziel seiner Begierde an sich zu nehmen, beziehungsweise dann urplötzlich wurde das Interesse verloren. Nämlich das Handy. Denn das Handy wurde ja dort gefunden. Irgendwie wurde diese Frage meiner Meinung nach, zumindest in den vorliegenden Artikeln, nicht beantwortet. Wenn man etwas haben will, dafür tötet, dann nimmt man es meiner Meinung nach auch mit. Ich kann nicht sagen, aufgrund welcher Gedanken das Gericht entschieden hat, dass es sich um einen versuchten Handyraub handelt und nicht um eine versuchte Vergewaltigung. Also nur von meinem Gefühl her würde ich eher sagen, dass es sich um eine versuchte und missgelungene Vergewaltigung handelt, weil sich Melanie eben so stark gewehrt hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.